Hallo zusammen, ich habe hier ein Standard-Kühl-Aggregat, wenigstens das hier mit 1,5 Meter Kälteleitung, Kupplungen und eine Platte 250 x 350 Millimeter. Und dieses Aggregat hier, das hat nicht eine Leitung von 1,5 Meter, sondern von 4,20 Meter, ihr seht wie viel mal das hier herum geht. Also wir fertigen selber, hier eine ganze Reihe Kühl-Aggregate, Standard, außer dieses hier mit eben 4,20 Meter Kälteleitung, so kann das Kühl-Aggregat weit wegstehen, eben 4 Meter von der Kühlplatte. Diese Kupplungen hier, das sind mehrfach dichtende Kupplungen, also das heißt, wir können die zusammenhängen und wieder auseinandernehmen und wieder zusammenhängen. Ich sage mal, ja gut, nicht immer, aber mehrmals ist schon möglich. Wir können diese Geräte jetzt hier zusammenhängen, die machen hier einen Probelauf. Man sieht auch hier, hier ist Schnee drauf. Und wenn man zum Beispiel hier Kupplungen verwendet, die nicht mehrfach dichtend sind, sondern ein Weg, kann ich theoretisch keinen Probelauf machen. Also hier können wir oder sind in der Lage, einen Probelauf zu machen. Wir haben hier eine Brücke drin, dass sie auf 3.500 Umdrehungen läuft. Jetzt für den Test. Ihr hört, das Aggregat hat ausgeschaltet und wir haben hier einen 24er und einen 21er Schlüssel. Und so kann ich hier halten und das hier auseinander drehen. Und so sind die Kupplungen getrennt. Hier kommt eine Schutzkappe drüber, bei der anderen Seite auch. Und ihr könnt die Aggregate dann wieder zusammenschrauben und das Kältemittel ist dann bereits eingefüllt. Da wir die Aggregate in kleinen Serien hier fertigen, im teuren Lohnland Schweiz, haben wir einen Vorteil. Wir haben jetzt keine Lieferprobleme mit den Aggregaten und wir können eben solche Sachen machen mit einer langen Leitung, mit einer speziellen Platte dazwischen. Wir haben viele Aggregate im Sortiment. Wenn ihr was braucht, schickt euer Anforderungsprofil, größe Platte möglich. Wir suchen eine raus und machen euch ein Angebot über eine spezielle Platte. Wenn zum Beispiel sowas nicht geht, aber das, die Platte hier, die geht so bis 150 Liter Nutzinhalt. Ich mache euch hier den Beschrieb von diesem Kühlaggregat und wünsche euch natürlich einen schönen Tag.